Guten Tag, bitte einmal Gyros zum Mitnehmen, mit Zwiebeln und ohne Schaf. Danke! Ja, herzlich willkommen, ich zocke alle NES Games dieser Welt und heute ist dran. Gyros oder wie man es auch immer aussprechen mag. Ich habe keine Ahnung, das Spiel ist auf jeden Fall saualt. Es steht hier zur Copyright 1988, das ist das Copyright für die NES Version. Das Spiel selbst ist um einiges älter, nämlich 1983 ist es erschienen für diverse Systeme. Also nicht wundern, wenn die Grafik nicht State of the Art ist. Zumindest nicht State of the Art in Bezug auf NES. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, hüpfen wir mal gleich rein. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Was mache ich jetzt? Kann ich schon steuern? Geht schon los? Hallo, was zum... Was? Ich checke es nicht. Ich checke... Was geht? Also das war jetzt Vorspann, oder was? Und ich konnte jetzt nie mit keiner Tast diesen Vorspann abbrechen. Da habt ihr mich ordentlich rangekriegt. Da habt ihr mich ordentlich rangekriegt. Okay. Jetzt geht es wirklich los. Das erinnert mich voll an Star Fox Leute, die so Vorspann. Krass. Das ist Star Fox. Wow. Okay, das ist ja auch mal eine interessante Art zu steuern. Jetzt geht mal mein Tor auf Feuer einsetzen. Okay. Ah, ich kann auch einmal Superfeuer geben. Die Steuern ist irgendwie komisch. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen. Sie ist nicht so richtig intuitiv, finde ich. Ich steuere das Ding aus der Ich-Perspektive. Moment. Ja. Mit rundherum. Okay. Interessante Designentscheidung von der Steuerung her. Aber ich glaube, er kann sich dran gewöhnen. Wow. Stage two. Schaut gar nicht mehr so schlecht, dass wir... Man bedenkt, wie alt das Game ist. Immer schön drauf halten. Immer fester drauf. Ist das Motto. Ja, jetzt habe ich eins von diesen Dingen zerstört schon. Sehr gut. War mir sicher, ob das überhaupt möglich ist. Hochė. Huah. Uh. Way. Komm ma schon. Sehr gute. Augen. Stage clear. Sehr gut. Sehr gut. ganz fein aus ich habe jetzt echt stimmens erwartet also das versucht mit dieser rundum drehsteuerung so dreidimensional hin zu kriegen es funktioniert erstaunlich gut sich gesteht habe ich glaube ich so noch bei keinem spiel sind untersteuerung ja 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 jetzt wieder einige schimpfen ich habe keine ahnung mag sagen aber deswegen spiele ich alle ns games dieser welt um hier ein bisschen mehr von diesen alten spiel zu verstehen und zu kennen und natürlich was saumäßig spaß macht keine frage ab und zu fragt mich mal wer warum ich das eigentlich mache alle ns games zu zocken und die antwort ist eigentlich ich möchte einfach diese ganzen alten gameplay mechaniken kennenlernen es war einfach ein interessantes zeitalter wurde sein erst entschieden in china ist finde ich da hatten viel experimentiert mit gameplay ja jetzt werden viele sagen macht man heutzutage auch noch stimmt natürlich aber es gab es eine faser wofür nicht wenig neues erschienen ist und später hat man auch die mechanik nicht so deutlich gesehen durch die rudimentäre umsetzung der rudimentäre grafik die hier ist noch vorhanden war musste man sich natürlich noch vielleicht doch ein bisschen mehr aufs gmp stürzen und konnte da kaum blenden mit der grafik also grafikblender gab es natürlich am ende ist auch schon so vereinzelt aber na gut der stage 3 control b wo bin wir mal die andere steuerung mal schauen ab zum netton ok ich bin gespannt wie sie diese steuerung funktioniert ja die liegt mir mehr ja die liegt mir mehr die steuerung hier brauche ich nur die links rechts tasten und jetzt bin ich deutlich intuitiver ich glaube damit komme ich viel viel besser zurecht obwohl es andere auch auch irgendwie was hatte ja drei leben nur noch schon wieder naja ja 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 es geht schnell aber es macht schon spaß immer schön drauf halten ja wieder ausweichen rechtzeitig also die gegner manchmal so nah kommen das nicht schon irritierend ist finde ich nicht so gut ich habe es noch gesehen und zu spät reagiert unverzeihlich unverzeihlich ja ich sollte vielleicht öfters diesen schuss einsetzen ich werde von unendlich eigentlich zweckgebrezelt hat mich zu sehr schießen konzentriert nach unten gedrückt statt nach links ganz dumm ja ich muss man muss viel mehr mit diesen a schuss arbeiten gleich gerade noch ausgewichen allerletzten moment ja es ist der jammer zwischen den starren und option so fliegt wie ich jetzt gerade kann sich in kein starten zurecht gewöhnen wobei ich bleib dabei dass die die ich jetzt ausgewählt die bessere ist die einfach nur links rechts steuerung wir haben brauche ich diesen schuss zum aufladen zu lange macht das auger aufkommen jawohl weggebrezelt auch weg damit zu spät zu spät zu spät zu spiel ausgewichen ja kann man mal spielen ist ganz interessant ist aber nicht ganz meins muss ich sagen ist nicht ganz meins aber ich erkenne an dass das echt innovativ war bestimmt und die grafik für damals auch ganz fein also kann man spielen grafik ist okay sound passt gameplay passt kann man zugreifen kann man mal eine runde anzocken ohne probleme aber ich lasse jetzt auf mich warten noch 600 andere ns games also deswegen sage ich danke an euch danke fürs abonnieren habt ihr bestimmt schon da drüben könnt ihr gleich weiter schauen ich habe jede menge ns games schon gezockt und wenn ich mir eine freude machen wollte dann haut ihr mir ein kommentar in die tastatur und daumen hoch wäre auch ganz fein bis zum nächsten mal